In diesem Video lernen Sie die Reizwortanalyse kennen. Oftmals kann auf direktem Weg für ein Problem keine Lösung gefunden werden. Ein Umweg kann hier Abhilfe schaffen. Mit Hilfe eines Reizwortes setzt man das Gehirn einem Reiz aus. Das Gehirn macht einen Gedankensprung und dies führt zu überraschenden Lösungen. Dieser Gedankensprung entsteht, indem eine neue Verbindung zwischen Reizwort und Problem hergestellt wird. Der genaue Vorgang wird nun vorgestellt. Wir haben ein Problem, zu welchem wir eine Lösung suchen. Der erste Schritt ist ein Reizwort wählen. Es ist wichtig, dass das Reizwort zufällig gewählt wird. Dabei handelt es sich um ein Nomen, welches nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun hat. Dies kann zum Beispiel mit verbundenen Augen durch Tippen auf einen Text erfolgen oder man erstellt eine Liste mit Nomen und sucht das Wort mit einer Zufallszahl. In einem nächsten Schritt werden Charaktermerkmale definiert. Nun werden vier Charaktermerkmale zu diesem Reizwort definiert, also typische Eigenschaften, welches dieses Reizwort besitzt. Nun wird eine Verbindung hergestellt. Das ursprüngliche Problem wird pro Merkmal verbunden und dieser Vorgang wird viermal wiederholt, bis schlussendlich vier neue Ideen entstanden sind. Und am Schluss eine Lösung vorliegt. Ein Beispiel. Wir suchen eine Lösung für einen Ausflug. Wir wählen zuerst ein Reizwort per Zufallsgenator aus. Dabei fällt das Nomen Rakete. Nun suchen wir vier Merkmale für eine Rakete. Das wäre zum Beispiel kraftvoll, technisch, schnell und stabil massiv. Und nun verbinden wir den Ausflug mit dem Begriff kraftvoll. Uns kommt die Idee Sport. Ausflug mit teknisch kommt die Idee Museum. Ausflug mit schnell wäre zum Beispiel Go-Kart. Ausflug mit stabil und massiv kommt der Begriff Schloss. Wir haben nun vier komplette mögliche Lösungen für Ausflüge aufgrund der Rakete vorgebracht und können uns nun für eine Lösung entscheiden. Hier noch die Zusammenfassung.